Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor und Botschafter. Wer hätte einst gedacht, dass dem kleinen George Timothy Clooney, Sohn des Fernsehmoderators Nick Clooney aus Illinois, eines Tages die ganze Welt zu Füßen liegen wird. Aber der Mann aus Kentucky hat seinen Weg gemacht und engagiert sich mittlerweile gezielt für gemeinnützige Projekte. Steht der zweifache Sexist Man Alive auch als Botschafter namhafter Unternehmen vor der Kamera. Wir durften George Clooney mit der Schweizer Luxusuhrenmarke Omega nach Tokio begleiten. Der einstige Lebensretter aus Emergency Room verblüffte die Presse vor Ort mit seiner Fingerfertigkeit. Wer hätte gedacht, dass aus diesem außergewöhnlichen Augenblick eine Kampagne entsteht? Mit der Überschrift Uhrenmacher gesucht und einem kurzen Text versehen, lädt die etwas schalkhafte Stellenanzeige in Europa und Asien qualifizierte Fachkräfte ein, sich bei Omega zu bewerben. Schade nur, dass Mr. Danny Ocean sich selber nicht in der Uhrenmacherei sieht. Wir hätten dem smarten Bo Biel als neuen Arbeitsort gerne vorgestellt. Aber so wie es aussieht, hat Herr Clooney ziemlich genaue Vorstellungen seiner Zukunft. Well, I really like making films. I like directing. I've just written and just finished directing another film called Leatherheads that I'm very proud of. It comes out in December. There's a real challenge in making films, not just acting. Acting does sort of wear you down after a while because you sort of run out of tricks. You know, you're going, oh, not quite sure what I'll do next. But filmmaking's really fascinating to me and I like that. So, you know, I think the biggest challenge for me now is to, it's never enough filmmaking, you know, because it's always very different. Every experience is different. So as long as I'm making stuff that I would go see, then I'm happy. The minute I start doing those other films, which I've done before, I'll quit. Nun gut, ein Funken Hoffnung besteht also doch noch George Clooney im weißen Kittel zu bewundern, aber nicht als Lebensretter, sondern als Uhrenmacher. Wobei wer die Schweizer Pünktlichkeit kennt, weiß, dass das eine das andere definitiv nicht ausschließt.